Hallo meine Lieben, hier ist Stanley von TI Core. Heute mal mit einem Gryffel-On. Was ist ein Gryffel-On? Gryffel-On ist nichts anderes als ein Hänsel, nur ich benenne es anders, weil ich finde es besser. Also Gryffel-On Asus VivoTap RT. So, wir sind ein bisschen auf die Daten eingegangen, denke ich mal. Wir schauen gleich genauer die Daten an und ich würde sagen als erstes schauen wir uns das Ganze kurz an. Wir haben einmal hier, dünn und gleich unterwegs, Mobil Entertainment, das heißt 3G mit HSPA Plus haben wir hier. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel hier, da können wir ja direkt mal ein bisschen rumgucken, hier in diesen kleinen Ding eure Mikro-SIM reinstecken. Wir haben halt hier diesen Adapter zum Lösen, das hatten wir ja alles in dem Unboxing, den Mikro-SD und so, das schauen wir uns nachher alles an. Wir gehen jetzt wirklich nur darauf ein, wie ist das Ding zu bedienen. Einer ist vorweg, hier ist nicht nur das Windows RT 8 drauf, sondern gestern kam das, äh, gestern oder vorgestern, ich weiß nicht, kam das Update für RT 8.1, also für Windows 8.1. Und das gibt es halt hier für dieses Asus VivoTap auch. Und habe ich mir natürlich direkt draufgeknallt, ich finde das Ganze reagiert jetzt noch ein bisschen besser, ein bisschen intuitiver auch. Und ja, wie das ausschaut, sehen wir gleich. Also auf jeden Fall eigentlich wie ich das Windows 8 vorher, nur ich finde es reagiert ein bisschen besser. Und, äh, ja, der, äh, der Microsoft Store, der hat sich dadurch auch ein bisschen geändert, sieht halt optisch auch ein bisschen anders aus. Ja, das halt kurz dazu und ich würde sagen, wir starten das ganze Ding jetzt einfach mal. Und dann haben wir ja auch schon den Startbildschirm, die Uhrzeit haben wir hier, 14.35 Samstag, 0.10. Oktober, Akku und WLAN. Dann haben wir hier, so, dann haben wir hier zum Beispiel das Konto von mir. Und, äh, da werde ich jetzt mal eben kurz weggehen, weil ihr sollt ja nicht das Passwort und so weiter von mir erfahren. Und, äh, ihr gebt es halt ein und zack, schon seid ihr angemeldet. Ihr seht, die Oberfläche ist echt genial. Also, das ist das Windows 8. Finde ich für solche Tabs echt super genial. Allerdings für Desktop finde ich das sowas von, hm, weiß ich nicht, gefällt mir nicht, passt nicht. Nein, Tabs, ok, wenn du einen Touchmonitor hast, meinetwegen Fungel dran rum, ist mir egal, aber für Desktop-Bereiche ist dieses hier absolut gar nichts. Da gönne ich mir doch eher so diese Variante. Das ist jetzt, ähm, die Windows-Desktop-Variante. Wir haben hier was mit Papierkorb. Ich werde hier mal eben anklicken und wenn ihr ein bisschen länger drauf drückt, dann könnt ihr hier auf Eigenschaften gehen und das Ganze zum Beispiel sofort löschen, anstatt zu verschieben. Übernehmen, ok, weg, raus damit. Äh, genau, wir wollen den Papierkorb. Wir wollen den Papierkorb leeren. Ja, so, leer ist er. Äh, jetzt hier kurz zu der Oberfläche. Also, ihr seht, das ist wie eine ganz normale Desktop-Oberfläche. Ihr könnt hier die Tastatur direkt einschalten. Die Tastatur selber, die könnt ihr auch in verschiedenen Layouts einstellen. Und da will ich mal kurz was zu sagen. Und zwar haben wir hier, aber im Moment, da muss ich wieder zurück auf die andere Oberfläche. Und zwar gehen wir mal hier jetzt kurz rein in die Einstellung. Da würde ich sagen, gucken wir direkt das erste, also anpassen. Da haben wir hier zum Beispiel den Hintergrund und so weiter. Ihr könnt dann natürlich auch die Farben ändern oder auch von der Akzentfarbe. Das heißt, von diesen Dingern hier unten zum Beispiel so. Ich allerdings bevorzuge halt schwarz, deswegen habe ich das so schlicht gelassen. Dann können wir hier die Kacheln ändern. Weitere Kacheln anzeigen. Das heißt, wir haben hier jetzt 1, 2, 3 Kacheln. Ich denke mal, wenn ich jetzt hier so, jetzt ist es hier zum Beispiel so ein paar Spiele. Da haben wir 1, 2, 3 Kacheln. Wenn wir jetzt hier drauf gehen und die Kacheln weiter anzeigen, dann sehen wir 1, 2, 3, 4. Das heißt, er wird auf 4 Kacheln erweitern. So, Verwaltungstools anzeigen, kann man natürlich auch lassen. Und genau, was wollte ich denn jetzt noch? Achso, die Tastatur. Da geht ihr zum Beispiel jetzt hier rüber auf Tastatur, Bildschirmbereich und Tastatur, Schreibtischung. Wir haben hier einmal dieses normale Layout. Dann gibt es dieses Layout hier. Das ist natürlich auch sehr interessant. Da könnt ihr mit dem Daumen und so weiter ein bisschen besser agieren. Ist aber ein bisschen umständlich oder ungewöhnungsbedürftig. Dann hätten wir hier zum Beispiel Schriftfeld. Da können wir einfach, ups, einen Moment. Können wir hier hinschreiben. Hallo. Oh, ja, das ist jetzt heute natürlich nicht so mein Tag. Da hat er es auf jeden Fall genommen. Hallo. Wie geht? Also ist ein bisschen doof hier so zu schreiben. Guck mal, ob er das jetzt erkennt. Ja. Hier ist natürlich so voll der Standardsatz. So. Also ihr seht, es ist krickelkrackel, aber das erkennt sehr gut. Finde ich natürlich echt genial. Dann haben wir noch dieses Layout. Das muss man allerdings erst aktivieren. Das zeige ich euch nachher. Das ist so eine ganz normale Tastatur, wo es auch ganz lustig ist, wenn ihr auf die Funktionen und so weiter drauf eingeht. Seht ihr hier, könnt ihr F1 und so weiter umstellen. Bei diesem Layout ist halt das Coole, wenn du auf STRG drückst, alles markieren, ausschneiden, kopieren, einfügen, rückgängig. Habt ihr dann zum Beispiel dabei oder hier so lustigen Spilies, die da so beigepackt sind. Gut, das wäre halt ganz spontan dieses. Ach, hier können wir sogar auswählen, was für Smilies. Okay, das wäre es dazu. Das wusste ich jetzt auch noch nicht. Nein, das wollte ich jetzt nicht öffnen. Schließen, habt ihr gerade gesehen, einfach von oben nach unten. Von hier nach da. Da könnt ihr zum Beispiel auf Anpassen gehen. Dann habt ihr hier direkt die ganzen ausgewählt. Wenn wir das anklicken, können wir zum Beispiel vom Start lösen. Das heißt, wir sind raus. Wir können es deinstallieren oder halt auch die Größe ändern von Breit, Mittel und Klein. Mittel wäre halt diese Option. Klein wäre noch eine Stufe kleiner. Finde ich allerdings ein bisschen sehr klein. Also je nachdem, was man hervorrufen haben möchte, macht man es halt breit. Allerdings geht das nicht bei jedem. Zum Beispiel bei dem Store hier zum Beispiel. Größe ändern. Dann können wir es auch ganz groß machen. Also das heißt, dann wird es so groß, wie ihr seht. Finde ich allerdings ein bisschen sehr overdressed. Also gehe ich lieber auf Breit oder halt, wie ich es eben hatte, auf Mittel. In den Store können wir es gleich auch nochmal gucken. So, dann geht es aber natürlich noch hier Karten. Und da können wir nur Klein und Mittel auswählen. Ist natürlich auch ein bisschen schade. Aber, ja gut, ich denke mal, die Größe reicht eigentlich nicht. So, weiter würde ich sagen, schauen wir uns mal kurz an hier unten. Da haben wir jetzt die Apps, die zum Beispiel installiert sind. Da sind schon ein paar drauf. Also Standard schon drauf. Und einige habe ich natürlich jetzt schon selber dabei gepackt. Und wenn ihr die jetzt zum Beispiel da hochkriegen wollt, dann müsst ihr kurz drücken. Oder halt wie vorhin auch. Ihr geht einfach von unten nach oben, geht auf Anpassen. Dann könnt ihr euch die halt zum Beispiel anwählen. Und da habt ihr dann am Start anheften, deinstallieren oder Auswahl aufheben. So, Auswahl aufheben ist ja logisch. Sind alle wieder direkt. So, was haben wir denn noch? Ansonsten haben wir hier Office. Office ist hier Standard drauf installiert. Also Office 2013 mit Word, PowerPoint, Outlook und OneNote. Alles drauf. Ihr habt auch die Spracheinstellungsmöglichkeit. Hier eine Bildschirmwurpe, Bildschirmtastatur. Also logisch. Spracheausgabe und Windows Sprache-Kendung. Entschuldigung. Sprache-Erkennung. Und so weiter. Also es ist wirklich alles mögliche mit hier drauf. Wir können zum Beispiel bei der Sprache-Erkennung. Das Ganze so mal wie beim Desktop-PC auch. Gehen wir mal auf Weiter. Also wir haben ja hier eh Mikros drin. Ich nehme jetzt mal Tischmikrofon. Gehe auf Weiter. So, Peter legt hier jetzt seinem Computer einen Text. Er zieht diese Methode der Tastatoreingabe und ganz besonders der Verwendung von Stift und Papier vor. So, jetzt kommt er weiter. Das Mikrofon kann jetzt wie es im Computer verwendet werden. Klicken Sie auf Weiter. So, Dokumente über Prüfung deaktivieren mache ich jetzt mal eben ganz spontan. Ich habe das jetzt auch noch nicht probiert. Manuellen aktivieren. Ja, manuellen. Präferenzblatt anzeigen. Das ist natürlich jetzt hier so wie Sprachbefehle. Und nö, beim Starten nicht ausführen. Ich will das jetzt noch einmal probieren. Lernprogramm starten. Also wir gehen jetzt mal ganz kurz rein. Schauen wir uns das Ganze an. Und ja, jetzt haben wir hier oben natürlich diesen Button. Spracherkennung starten. Also ihr könnt das Ganze wirklich bedienen, wie ihr es lustig seid, oder? So, ich weiß jetzt die ganzen Befehle leider auch nicht auswendig. Ich denke mal Spracherkennung aktivieren. Dies schließen. So, wie ihr seht, das funktioniert ganz gut. Desktop-Doppelklick. Okay. Desktop-Doppelklick. Okay. Das geht also nicht. Dann sage ich mal Desktop. Geht auch irgendwie automatisch schon aus. Also ich weiß es nicht. Ich habe das noch nicht probiert. Aber das ist halt möglich. Ich habe es gerade gesehen. Zum Beispiel mit dem Schließen und so weiter. Dann haben wir hier zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwelche Apps öffnen. Ich hatte ja gerade einen Desktop offen, wie ihr seht. Dann kann ich hier rumscrollen. Und wir öffnen jetzt einfach hier den Internet Explorer noch. Also ihr seht, das ist ein ganz normaler Internet Explorer, wie eigentlich immer bekannt. Dann haben wir, wenn wir jetzt ein paar weitere Apps öffnen, wie zum Beispiel, was öffnen wir denn mal hier? Machen wir mal Wetter. Wetter.com. Was öffnen wir noch? Also ihr seht, das reagiert eigentlich sehr schnell. Fotos können wir auch mal. Ja, hier sind jetzt natürlich nur Standardfotos drin. Da gehen wir auch mal drauf ein. Gleich. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein paar Sachen geöffnet. Und ihr könnt jetzt hier zum Beispiel gucken. An der Seite habt ihr gerade gesehen, ne? Hier, wenn ich ein bisschen rüber schiebe. Da könnt ihr jetzt zum Beispiel diese dazwischen schieben. Ihr könnt das Ganze erweitern. Oder ihr guckt halt so. Was haben wir offen? Hier haben wir natürlich so einen Start-Button nochmal. Und wir können halt immer rumswitchen zwischen diesen beiden. So. Zum Beispiel so. Also ihr seht, das reagiert echt sauschnell. Finde ich sehr cool. Oder ihr schiebt es halt hier so ein bisschen rein. So. Und dann habt ihr halt, wie gesagt, diese Möglichkeit hier hin und her zu switchen. So. Schließen ist, wie gesagt, von oben nach unten. Das war jenes. Dann haben wir bei den Apps auch zum Beispiel Paint noch mit dabei. Das war irgendwo hier zwischen. Hier haben wir sogar Excel sehe ich gerade. Den Editor-Matte. Hier haben wir doch den Paint. So. Hier haben wir Paint. Und jetzt können wir zum Beispiel gucken. Wir haben ein Finger. Wir können zwei Finger nehmen. Wir können drei Finger nehmen. Vier Finger. Und wir können sogar fünf Finger nehmen. Das sieht man jetzt natürlich nicht. Gehen wir mal ein bisschen hier zurück. Oh. Weg da. Da, 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 da. Ja. Das ist aber ein bisschen fummelig, weil das wirklich sehr, sehr klein ist. So. Wir nehmen jetzt fünf Finger. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und ziehen hier lang. Also ihr seht, fünf Finger werden registriert. Finde ich sehr geil. Also zehn Finger funktioniert hier bei diesen Pads nicht. Aber ich denke mal, fünf reichen auch. Ich kenne keinen, der mit zehn Fingern da rumfummelt. Und wenn man tippt, hat man eh nicht alle zehn Finger gleichzeitig drauf. So. Den können wir auch schließen erstmal, weil da gibt es einen anderen Browser. Obwohl, den können ich nicht. Ich lasse den mal auf und zeige euch mal eben den Unterschied zwischen einem normalen Browser. Und wenn ihr den jetzt hier öffnet. Na, nun kommt. Zack, zack. Internet Explorer. So. Das ist jetzt halt diese App dafür. Und wenn wir jetzt mal vergleichen. Die beiden. Also wir sehen. Na, das ist hier. Hier kann ich mal ganz schließen. So. Jetzt sehen wir natürlich hier. Da haben wir direkt die App. Die vergrößert das automatisch. Wir können auch hier alles schön vergrößern, wie ihr seht. So wie wir das halt haben wollen zum Beispiel. Das Ganze ist halt von der Oberfläche ein bisschen anders. Hier hat man halt ein bisschen mehr auf Touch ausgelegt, wie ihr seht. Und hier natürlich nicht. Also hier können wir hoch und runter gehen. Das können wir nur schließen. Und hier haben wir halt wirklich das Bedienfeld. Wir können einen Tab hinzufügen. Zum Beispiel. Ja, machen wir nochmal Google. Oder, ja, keine Ahnung. Dann machen wir hier draus YouTube. Und, äh, ah, was habe ich denn jetzt geschrieben? Ich sehe es gerade. Jube. Aha. Jube. Jube. So. Hierzu. Na, dann wäre das vielleicht DE. Ne, aber haben wir. Ach, da habe ich. So. Was nehmen wir denn jetzt hier? Kindsköppe, Sido, bla bla. Nehmen wir mal der Haubis hier. So, zack. Jetzt mache ich es ein. Einfach mal hier so. Ton im Bild. Also wir können 720p-Videos auch gucken. Ist eigentlich kein Thema. Die Auflösung hier. Bitte regt 1300, schieß mich tot. Können wir gleich mal eben gucken. Mal noch was. Jetzt müssen wir eben warten. Fünf Sekunden. Ich kann natürlich Standard überspringen. und gehen jetzt hier auf, nein, nicht automatisch, sondern ich will, ach, ihr könnt aber 1080p auswählen. Machen wir jetzt einfach mal, erkennen würden, was wahrscheinlich nicht, aber, äh, guckt euch das ganz einfach mal an. Bildschirm haben wir auf höchste Stufe. Jetzt mal eben so zum Togenbild, ne? Ich hoffe, ihr seht das gut. Das IPS Plus Panel ist wirklich auch von der Betrachtung und von der Betrachtung sind wirklich der Wahnsinn. Also wir können wirklich hier, weiß ich nicht, von allen Seiten her gucken, ne? Und ihr seht, das reagiert auch richtig gut. Zack, da wird das Video gedreht und so. Das ist, ich finde es faszinierend. Ich halte es mal ein bisschen höher. Wenn ihr einfach die Qualität von dem Video seht. Also ich finde es echt hammer. So. Das halt dazu. Ruhe jetzt, schließen. So. Was haben wir denn noch? Ja, ich zeige mal ganz kurz eben die Grafik. Ich habe zum Beispiel hier ein Spiel auf. Das habe ich vorhin mal aufgemacht. Und, äh, ich gehe wieder zurück. So Resume. Und, ja, wir gehen mal ganz schnell hier so eine Karte rein. So war es. Ich muss jetzt einfach mal hier das nur mal ganz kurz anzeigen. Weil es ist auch kein Spiel jetzt für Kids oder so. Also bitte, liebe Kinder, jetzt mal eben für, weiß ich nicht, 30 Sekunden weg gucken oder so. Äh. Splatter. Splatter. Wie diese Dinger müsste eins sein, ne? Ui, da ist mir gut schon alles. Nachladen. Also es macht schon Spaß mit dem Ding zu spielen, ne? So. Splatter. Ihr könnt auch so Münzen einsammeln hier oben. Aber das heißt, ihr könnt, wenn ihr die irgendwo in der Ecke seht, die sind halt schon mal da, wenn ihr Lust reinkommt. Ein bisschen versteckt. Oh, das war eng. Oh, da war wieder was mit dir. So, was haben wir hier jetzt noch? Hier können wir auch noch ein bisschen was einsammeln. Aber irgendwie schießt sich irgendwie ein bisschen daneben. Zack, zack, zack. Also ich gehe halt noch ein bisschen höher, dann könnt ihr die Grafik da auch mal hinsehen. Also ich finde es so schon okay, ne? Also, ich weiß nicht, seht ihr das jetzt gescheit? Während des Zocknisses ist es ein bisschen schwierig. So. Zack. Mischen komplett. Also wenn es ein paar Sachen eingesammelt sind, da habt ihr ja dann wahrscheinlich gesehen, kriegt man halt hier oben Bonuspunkte. Das ist halt so ein, ja, Zombie HQ, keine Ahnung, lustiges Spiel irgendwo so, wie zwischendurch. War jetzt einfach nur mal so zum Testen. Es gibt natürlich auch noch viele, dass die Grafik noch einen ganzen Tag besser hat. So, das dazu. Jetzt kommen wir ganz kurz noch schnell zur Kamera. Und zwar nehmen wir mal die von Asus. Da haben wir jetzt hier zum Beispiel, ja, nehmen wir das hier. Oder das hier. Ja, wir nehmen das. So, ihr könnt jetzt natürlich einmal die Standard-Zoom-Variante nehmen. Das wäre diese zum Beispiel. Wenn ihr nach oben geht, hier, dann habt ihr natürlich mehr Optionen. Da könnt ihr dann auch noch ein bisschen einstellen, wie zum Beispiel, ja, hier die Helligkeit, Kontrast und so weiter. Also, wir können das Ganze jetzt ein bisschen heller stellen hier, was natürlich nicht verkehrt ist. Den Kontrast und den Fokus zum Beispiel würde ich auch automatisch lassen, weil wenn ihr den manuell einstellen wollt, ihr könnt jetzt gerne selber mal gucken. Es ist echt schwierig. Also, man sieht hier ganz kurz, da wird er mal scharf, da ist er scharf. Wenn er loslässt, dann rutscht er schon wieder und schon ist er wieder verschoben. Also, hier wirklich, wie gesagt, würde ich den Autofokus nehmen. Ein Tablet in der Größe festzuhalten ist natürlich auch schwierig, aber wie man sieht, es hat einen Klack. Ihr könnt dann direkt hier das Foto auswählen. Ihr habt hier auch in dem Vigo-Tab eine Frontkamera und hier vorne ein Lichtsensor. Also, das ist gut, hier können wir jetzt natürlich nicht vergrößern, stimmt. Wir können aber jetzt rumswitchen zwischen den Bildern und Videoaufnahme ist eigentlich auch sehr gut, muss ich sagen. Dann können wir jetzt mal eben hier so kurz gucken. So, Aufnahme. Wir gehen mal kurz mit der Hand hier drüber. Also, wie man sieht, klar, schmiert es ein bisschen, aber ansonsten ist die Aufnahme echt Bombe. So, wir gehen auf Stop. Und jetzt schließe ich das Ganze mal eben. Dann können wir nämlich auf Fotos gehen. Und wie wir sehen jetzt hier Asus-Kamera. Da haben wir jetzt dann die ganzen Bilder drinnen oder halt auch Video, wie ihr seht. Jetzt einmal dieses Bild hier, das normale, da könnt ihr mal eben gucken. Also, ich finde, das ist für ein Tablet eigentlich mehr als ausreichend. Dann könnt ihr hier rüber gehen zu dem anderen. Zack. Und das Video auch mal ganz kurz gezeigt. Finde ich okay. Also, gut, was ich jetzt gerade festgestellt habe, wurde irgendwie bei 5 Sekunden geschnitten. Warum auch immer. Da habe ich mich noch nicht so gut beschäftigt. Jetzt mal ganz schnell zu den anderen Sachen. Und zwar hatte ich ja vorhin gesagt, wegen den Daten zu diesem Vivo-Pad. Ihr könnt zum Beispiel hingehen und sagen, dieser PC, das kennt ihr bestimmt von dem Desktop-Bereich. Da habt ihr das ganz normale Menü gehalten mit der Festplatte, wo ihr auch drauf gehen könnt und so weiter. Dann habt ihr zum Beispiel auch Bilder, die Möglichkeit, Asus-Kamera aufzurufen. Zack. Und dann hier zum Beispiel auch zum Ranzoomen und so weiter. Aber da geht natürlich die Foto-App an, ganz normal, weil das ist halt alles ineinander verknüpft. So, wir gehen wieder zurück zum Desktop. Ich schließe mal eben diese Fenster hier. Dieses hier auch. Und jetzt habe ich vergessen, ich wollte nämlich kurz drauf gehen, ein bisschen länger halten. Und dann, Moment. Eigentlich kommt man doch von hier aus auch genau auf Eigenschaften. Da haben wir es hier schon. So, dann haben wir hier stehen Windows RT 8.1, wie ihr das hoffentlich sehen könnt. Ich werde mal kurz ein bisschen höher kommen. Ich hoffe, man sieht es. Hier steht natürlich dann Asus Tech Computer Inc. Nvidia TGA 3 Quad-Core CPU mit 1,3 GHz verbaut. 2 GB Arbeitsspeicher, 32-Bit-Betriebssystem. Und das ist halt mit den ARM-Prozessoren so. Ihr könnt diese 32-Bit-Exe-Dateien auf dem RT nicht starten, installieren oder wie auch immer. Das ist halt hier ein bisschen beschnitten. Ich weiß nicht, ob es vielleicht irgendwann noch dazu kommt oder ob man es irgendwo mitmachen kann. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Wir ändern hier auch natürlich ganz normal, wie bei zum Beispiel Laptop, die Anzeige, hier ein Datum und so weiter. Also das ist ganz normal der Desktop, den man halt irgendwo auch kennt. Wir haben auch ganz normal den Geräte-Manager hier, den wahrscheinlich der ein oder andere kennen wird, wo wir halt die ganzen Sachen drauf stehen haben. Und ja, ich denke mal, das war es jetzt soweit. Ihr könnt wirklich vieles machen. Wo wir kurz noch drauf eingehen können, ist der Store hier von Windows. Damit ihr seht, also es sind schon einige Apps vorhanden. Und danach gehen wir mal kurz noch auf die Speicher ein. Und das war es dann eigentlich. Hier haben wir zum Beispiel Asus Tablet-Auswahl. Das heißt, von Asus sind so ein paar Sachen vorgeschlagen. Hier für sie empfohlen. Aber auch einige dann neu und angesagt. Zum Beispiel top bezahlt, top kostenlos. Und ihr könnt dann zum Beispiel da reingehen und irgendwo halt euch die aussuchen. Hier steht zum Beispiel 1000 Apps. Was allerdings noch nicht alles ist, weil wenn ihr zum Beispiel nach Apps suchen geht, weiß ich nicht, ich sage jetzt einfach, ich gehe mal Google ein. Was gibt es da? Google Search. Einfach mal hier so Google ausgewählt. Dann passiert Folgendes. Und zwar haben wir hier 8 Apps gefunden. Google sind natürlich nicht viele, aber ich habe jetzt Google Earth da stehen. Moment, ich werde das mal ändern. Wir nehmen einfach mal nur Google. Ich weiß jetzt nicht, was so die meistbesuchte Apps ist, aber ich denke Google. Da wird er wohl ein paar finden. Jetzt haben wir 560 Apps, die alleine irgendwo mit dem Suchbegriff Google zu tun haben. G-Maps zum Beispiel. Google Search hier. Dann können wir hier sortieren nach Kategorie, Spiele, Unterhaltung, bla bla bla. Nach Preise, halt kostenlos, Testversion und so weiter. Nach Relevanz können wir sortieren und, und, und. Installieren ist jetzt das Ganze ganz einfach. Wir gehen zum Beispiel auf G-Maps. Habe ich jetzt natürlich schon installiert. Allerdings, wenn ihr jetzt hier drauf geht, dann seht ihr zum Beispiel hier so ein paar Infos, was das Ganze drauf zu tun hat, bzw. was das sein soll. Und hier steht jetzt diese App, ist auf dem PC installiert. Allerdings, wenn es noch nicht installiert ist, dann musst du einfach nur auf Installieren gehen, schon wird es installiert. Das war es halt jetzt schnell dazu. Das ist mal geschlossen. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Speichermöglichkeiten. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, halt diese kleinen Micro-SDs einzustecken. Dazu könnt ihr hier an der Seite das einfach rausziehen. Nehmt euch das und steckt die Micro-SD rein. Dann dauert es kurz. Es macht blim blim. Und er springt direkt auf den Desktop. Also, er springt deswegen jetzt hier auf den Desktop, weil ich habe das Ganze schon angeschlossen und habe gesagt, das machst du dann automatisch. Also geht automatisch in den Desktop rein. Aber auch, wenn ihr jetzt in diesem Menü seid hier, erscheint eine kleine Anzeige. Wenn ihr da drauf drückt, könnt ihr halt auswählen, was gemacht werden soll. Also zum Beispiel soll das Speichermitim durchsucht werden oder so. Und ja, das ist halt ganz normal wie beim Windows auch. So, ich werfe die Dinger jetzt nicht aus, weil es ist eh nichts drauf. Normal könnt ihr das halt ganz normal über die Desktop-Variante machen, wie sonst beim Rechner auch, über den Kunden rechts auswerfen. Jetzt kommt die Frage, wie geht das zum Beispiel mit dem USB-Stick? Wir haben hier natürlich einen linken USB-Anschluss da, aber Asus ist nicht doof. Die schicken einen Adapter direkt mit, der wird hier unten eingesteckt. Dann schieben wir das Ganze zum Beispiel hier so dran und das ist jetzt Micro-USD wieder und zack, er springt wieder auf und zeigt uns das Ganze an. So, und das ist jetzt hier zum Beispiel das, was ich meinte, hier unten auf USB auswerfen. Jetzt kann die Hardware ausgeworfen werden, zack, um Datenverlust zu vermeiden, der eventuell entstehen kann. Von A-Data habe ich hier einen UA 732 GB Stick, das ist ein 3.0, den können wir auch ebenfalls hier anschließen. Und ja, er springt da natürlich auch einen, so wir sehen, er blinkt, er arbeitet und ist auch schon offen. Also das Ganze reagiert sehr, sehr schnell, funktioniert auch super gut. Ihr könnt natürlich auch jetzt hier gucken, da wird er euch dann auch angezeigt. Ich wechsle den Datenträger D, 29,3 GB frei von 29,4. Also es ist halt 32 GB, so wissen jeder oder alle, es steht drauf, 32 GB meistens ein bisschen weniger vorhanden, weil zum Beispiel auch irgendwelche Tools noch mit dabei sind und so weiter. So, das wäre es damit. Und jetzt kommt was, was ich selber noch nicht probiert habe, und zwar eine externe Festplatte anzuschließen. Und hier habe ich die A-Data HE 720, da ist ein Terabyte Speicher drauf. So, und lassen Sie mal schauen, was passiert, wenn wir das Ding anschließen. Aber man sollte es wahrscheinlich auch dann richtig anschließen. Das wäre nämlich so rum. Zack. So, also leuchtet es schon mal. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Ah, düm, düm, düm. Geräteinstallation. Jetzt echt mal eben kurz auf den Button hier. Wir warten mal kurz noch. Also normalerweise, wenn er fertig ist, installiert hat, dann kommt hier dieses Zeichen, aber ich glaube, er hat es gerade schon so, er hat es, er hat es schon erkannt. So, und jetzt sehen wir hier, sind schon ein paar Sachen drauf. Ich habe zum Beispiel hier die A-Datei. Ich hatte ja von Hitman mal was probiert zu machen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt funktioniert. Machen wir mal ein Video, mal gucken, ob die Datei erkennt. Dann seht ihr auch, es funktioniert wirklich, die Daten von da nach da zu überspielen. Das ist eine USB 3.0 Festplatte. Sie ist natürlich abwärtskompatibel auf 2.0, weil ich meine, hier wäre auf jeden Fall nur 2.0 drin gewesen. So, ah, man sieht, so wird ein bisschen, aber es läuft. Hier steht jetzt irgendwas mit Anmelden. Ich habe keine Ahnung, was er da macht. Also er hat da gut zu kämpfen, der Kleine. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass es mit, ich meine mit Fraps aufgenommen worden, also es ist, glaube ich, eine etwas größere Datei. Ja gut, er hat 2 GB, also dass da ein bisschen Ruck drin ist, das kann ich schon mal verstehen. Aber naja, egal. Hier haben wir noch ein Video. Das können wir auf jeden Fall jetzt erstmal schließen. Es funktioniert auf jeden Fall, wie ihr seht. Und ja, das war das Griffelon VivoTap RT von Asus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und in diesem Sinne, ich wünsche euch noch viel Spaß. Euer Sterni